Jo Leute, was geht ab, wir haben ein neues Video für euch und wir sind die Weekend League Rewards von dieser Woche, nämlich genau hier. Aber zwei Probleme gab es leider diese Woche, nämlich erst zu dem, was war es? Ich habe mich leider nicht für die Weekend League qualifiziert, ich habe mich erst am Samstag qualifiziert, habe ich am Vortag, also auf den Tag abend, habe ich leider vergessen mich zu qualifizieren und dann habe ich keine Weekend League gespielt. Natürlich gab es eben dann auch keine Royalty Rewards, weil er halt gar keine Punkte bekommen hat. Ich habe leider nur Gold 2 geholt, jetzt zeigen wir euch ganz kurz warum, weil diese Weekend League, ich hatte ihnen gar keinen Bock, wir standen mit 10-1, wir haben auf 13-4 gerutscht oder sowas in Art und da hatte ich wirklich gar keinen Bock und da habe ich einfach gedacht, machst du den Zinsiege voll und dann hast du mal hier den Erebo oder Marjansar und den Engen, haben wir hier ein bisschen mit denen gezockt hier. Engen hat ein Tor gemacht, ja guck mal, er hat sogar ein Tor gemacht, vier Spieler hat er gespielt und dann haben wir ein paar mit anderen noch ein bisschen gequiltet hier. Also Marjansar, vielleicht bauen wir den Erebo oder Marjansar ein, weil der war, ich schwör euch, der war wirklich Maschine, der war anders Maschine. Und wenn ich sage, was wir mal in die Rivals Rewards rein, haben wir, glaube ich, zu sagen, 1-2, weil, zeige ich euch vielleicht warum, weil. Ja, weil, wir ganz, weil wir machen Monday, ich bin fast fertig mit Monday und ich habe extra, ich glaube, wir fahren jetzt 10 Uhr, 10.30 Uhr oder so, haben wir überlegt, soll ich schwitzen? Habe ich gedacht, nein, mache ich nicht, weil dann kann ich später noch ein paar Rivals Punkte ergattern und muss dann nächste Woche nicht mehr schwitzen. Ich würde sagen, kommen wir die 15 Carpacks an, nichts wollen, unsere Untrayed Packs, wo bereits zu viel Special Cards zu ziehen sind. Ja, fährt der erst sogar rein, was ist es? Ja, ist es Inform, oder? Inform, was ist denn Inform? Digga, wer ist das? Mina? Abschalt, ist es okay? Auf jeden Fall kann man mit einer Icon-Infektur oder irgendwo ein Bortjango oder so, wenn man das mal macht und abgeben. Ja, Paul Lopez dahinter, der Ehre-Mann. Team-Find ist auch Ehre. Keine leider nicht, aber was soll man machen, sind dann geschlechte Packs. Ich würde es fühlen, wenn jetzt hier auch, weil wir beim letzten Team haben wir schon gesehen, dass auch, ähm, sozusagen Non-Re-Animation kamen, dann halt kamen da irgendwie, keine Ahnung, Lewandowski-Headliner oder so, das wäre nice, wäre fresh. Per Ehre, aber so ein Lewandowski auf einmal. Kannst du kurz auch nehmen und du gleich noch nichts Pack ziehst. Allerdings, das kann der Unterschied zwischen Lang 1 und Lang 2 ist, dass du vier 15k Packs bekommst. Digga, Ehre-Mann, 15k Packs. Ehre-Mann, auf jeden Fall. Aber was soll man machen? Ich würde sagen, gehen wir mit dieser Pack rein, letztes 15k Pack. Vielleicht ziehen wir mal einen oder anderen Schlitz, ja, er fällt sogar rein. Vielleicht können sie eine Special Card. Der sah gerade übelst weiß aus. Der sah gerade übelst weiß aus. Ich hatte einen Herzinfarkt, ich schwör's dir. Alter. Digga, ich halt, ey, ich schwör's euch. Hashtag lustig in die Kommentare, Jungs. Hast du das auch genannt, wie ein Ike-Ging gemacht? Diese ersten Ding ist da so weiß aus. Ja, aber es war eigentlich so, es stinker weiß nicht. Genau, aber es war halt irgendwie schon, dieses, weiß, weil, was weiß ich, Jungs, gehen wir mit dem nächsten Mega-Pack, haken wir es ab und komm, fährt natürlich rein hoch, pass, nice, pass. Packs laufen gut, muss ich sagen, also, was wir mal machen. Ich hab noch genie Packs. Vielleicht nicht weiter da vorne, ja, 82-er. Friesen, direkt knackig in die Gold-Up-Rates. Willst du ein Gold-Up-Rates, kann man machen, muss man, aber nicht. Ja, Spaß, Gold-Rates, gönn eigentlich ab und zu auch, dann kauft nicht 50k Packs mehr. Ja, wenn die Mega-Packs jetzt kommen, dann auch schon eher. Ja, fällt rein, mach mal eine schöne Special-Card. Das sieht wieder so weiß aus, bis ich... Ja, wenn die weiße, sieht die unbedingt aus, aber das ist okay, ja. Das ist gut, wenn ich was den kaut, ist das Handrail, aber... Mit mal mit, würde ich sagen. Sonst ist hier gefühlt nichts. Wolltest du sagen, fängst du mit 50k Packs an? Gönn, ey. Ich mach mal das Geld. Lassen wir den Fortschritt hier. Lassen wir den Fortschritt hier. Lassen wir den Fortschritt. Das war in Deutsch. Muskel, das ist der erste Feld rein, jetzt Gönn, ey. Come on. Ja, Headliner. Oder? Oder One-to-Watch, keine Ahnung. One-to-Watch macht die richtigen Hasar, die Ruhe. Ach, du kacke, Digga. Fortsch, Hasar immer in... 16-Hazier-Karte. Was ist das schon mal? Was wäre denn 13k? Ja. Das ist die ganze Anstrengung. Ich würde sagen, ob wir jetzt essen oder was? Gönn mal. Einta. Einta. Mach, schmeichel. Ich würde sagen, gib mir 50k Packs bitte mal einfach. Eine Special-Cuts, aber kurz. Special-Cuts. Nice Event von EA. Fährt rein. Gönn was Gutes. Noch mal. Reder-Wants-Watch. Das ist mein richtigen Hasar. Deutschland. Brand, oder? Brand. Dortmund. Let's go. Ich würde sagen... 84er? Eigentlich scheiße, Digga. Einta. Das ist wie ein 85er. Der ist echt scheiße. Der ist wie mit's Kacke. Der ist wie mit's Kacke. Der ist wie mit's Kacke. Aber das ist drin. Ah, Sklina und Leno. Beschwende. Das ist wie mit's Kacke. Das ist wie mit's Kacke. Jungs, vielleicht... Ah, nee. Ja, ja. Bei 3 machen wir's. Oh, oh, oh. Okay, dann müssen wir noch keins. Egal, Jungs. Bisschen, kommen wir zu den... Für Champions Revolts. Ich sag's euch, Early. Weekend League. Ob Gold 1 oder Gold 2. Die 100k Packs. Sind wir eigentlich relativ viel geil. Danke, dass wir nicht drankommen. Jungs, wir raus. Köst. Ey, 3-Pick. Willst du auf Stream-Basis hoch? Nein, Spaß. 3-2-1, let's go. Erster Pick. Kavajal. Danke wieder für den 94er. Sauer. Wirklich? Ich kürze die E dafür. Nächster Pick auf ne Nummer. Hast du vergessen, Digga. Tut mir leid. Ich hab die E. Ja, und Schwendt. Wieder, Digga, das sind... Ein Best-Of wieder. Zwei rechts verteilt. Ah, Jungs, Digga. Diese Best-Of-Dinger. Das war... Scheiße. Hier ist E-Tirol. Hätt ich noch einen schönen Windisch bekommen. Luis Alberto. Ich hab das so bekommen. Jungs, vergessen wir uns nicht zu qualifizieren. Mhm. What the fuck? Die Bücher nicht selber sind wirklich toll. Doof machen wir das. Wenn wir gekickt werden, machen wir das einfach gleich. Sagen. Aber machen wir das dann wirklich auch. Ist eh kein besonderes Crack. Auf Ansage-Basis. Ja, verrein. Jetzt können wir hier wieder an 1-2-Watch auf Asia. Nichts. Wer ist es? Nein. Ula. Nein. Der ist tradable. Ich habe mich hier gewonnen beim Auf-Antrade. Oh na, ey. Oh. Ein bisschen los. Das kann hochpacken. Und füch. Sagen. Komm, wir werden jetzt hochverkaufen. Später. Dann ist der Schilder voll. Was? Sagen. Fünf Minuten. Jetzt kann es hier mit sowas wie ein Hazard ziehen. Ich sag dir. Jetzt kommt es hilft nichts. Ich hab kein gutes Gewicht. Das ist für mich, dass ich da will. Das fährt rein. Sieht gut aus. Komm. Siehe wieder weiter? Das ist ja echt. Ist der voll aus! Brasilien! ZTM9! Ich muss noch acht nehmen. Juhl-Costlayber. Ja, ist okay. Das ist gut für die Chemie. He? Wie, das ist aber so heiß. Ich habe wohl die Grafiken erinnert, Gio Costa kommt und die Hunde kostet Fleiß her. Hast du noch wieder mit der Idee? Ja, kein Finger. So, was haben wir noch hier? Hunter? Ja, du warst so ein seltener Pack. Huuuuhu. 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 Ich kann nicht auf den Kopf schon einfach Hunter blöden. Komm, letztes Pack. Ich will nochmal hier diese eine geile Animation sehen. Heißt, nicht eine Non-Walker-Animation. Kalt rein, das ist schon mal gut. Gönn. Copa Lebertalros, glaube ich. Mach Tavis, gönn Tavis. Stürmer als tradable. Stürmer als tradable. Stürmer als tradable. Da kann doch was sein. Das ist schon mal ein 90er. Ein 90er. Ne, in Taschenbank. Ein 90er. Welchen Ben hat dahinter? Bist du auch immer in. Ah no, was denn meine? Ich dachte, wir sind mal in. Joah. Ja. Ich hab da mit unserem Mund. Das ist dann sonst glaube ich nix. Und von der ist immer eine. Jungs, auf irgendeinem was machen. Ich mach kurz vier Gold-Upgrade. Vier Gold-Upgrades, vier Gold-Upgrades. Jungs, sagt euch, sie bringen was. Mal traurig, ich seh uns das wieder. Ja, Leute, wir sind die Goldspieler vier Mal. Einfach zweit sein, einen Goldspiel. vier stück davon der erste fettig sein selber manchen gesehen werden ich kann gar nicht so schlecht dann könnte ich wohl auch mal können ja auch nicht so schlecht weil es bis sie ist bis sie für die kann man immer gebrauchen haben so fährt rein jetzt können man den spielkart ja das was ich haben heute weißt du das ist das was ich haben heute weißt du ist das was ich haben wollte weißt du das ist ein unana schade vielleicht können sie ja auch jetzt hier die back to back ja würden sie sogar vielleicht sogar noch mal ein once to watch ne, aber im warcode normal klo schmutz, ja im bug äh, nein aber der kann nicht, ist pleasure card was händ ich auch gar nicht? ja, der war für den finalen auch gerade sehr gut äh, schau, oder? letztes pack für das glorreiste reward wir müssen eigentlich ein bisschen länger ziehen nein, Spaß joa stabil die rewards diese Woche waren ein bisschen kürzer als sonst glaub ich noch hm nein leider nicht so erfolgreich ist auch die rewards aber irgendwie schon schlecht muss ich sagen aber es hat irgendwann zwei gewesen und schon auf Spaß hat gezogen und fand hier noch am Ende ich würde sagen, war es auch dem Video, wenn es dir gefallen, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten stream oder Video wieder haut rein Leute, ciao